Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Old World Blues Achtung! Fertig! Kennt ihn! Richtig! Wir waren hier ja immer noch, weil... Jetzt mache ich ihnen ein Ende! Weil... Was ist das denn? Ähm... Ähm, 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 ähm... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, denn sonst ist alles sehr hoffnungslos. Hm... Schmerzhaft. Testgesche... Ja, das war auch nicht mein Ziel. Schau, wir wurden von den Roboter entdeckt. Wenn du zurück zum Terminal gehst und... Neu zu starten, werde ich nächstes Mal nicht versagen. Okay. Genau, genau, das war's ja. Beim letzten Mal haben wir ja versagt, weil... Wegen dieser Roboter, weil die uns ja gesehen haben. Glaube ich. Ich könnte auch daran liegen, weil der Death Boy aufgegeben hat. Aber das weiß ich nicht. Aua. Ähm... Deswegen... Erledige ich lieber jetzt alle Robo-Skorpi, oder? Bevor, äh, das nochmal passiert. Oh, jetzt haben sie es auf meinen Robo-Skorpion abgesehen, was? Äh, ja, scheinbar. Ich sehe es... Die... Das kann ja sein, aber... Jetzt, na. Bring denen nur nix. Sind Sie sicher, dass Sie etwas gescannt haben? Äh... In Ordnung. Bleiben wir alle ruhig. Ja. Genau so ist es. Hallo. 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 Und all dessen was mögen, juh... Mhm. Das ist... Genau. Sind Sie sicher, dass Sie etwas gescannt haben? Ganz dezent. Aua. Ja. Die sind hier zerstört. Nein. Dann lache ich mir einfach mehr! Oh, wo... Es ist hoffentlich los. Komm her. Ja. Noch mehr, Freunde? Ich sehe zumindest keine. Robo-Skorpion! Greif an! Ja, das ist so nah, aber irgendwie so nicht nah. Hä? Wo auch immer der herkam. Müssen Sie das! Sie werden noch den Rumpf beschädigen! Ja, was mein Ziel ist. Oh, ouch! Oh, jetzt taft sie's auf meiner! Ja... Immer noch! Sie hätten den Robo-Skorpion mal lieber... Das war's! Ich laufe immer wieder durch. Ich bin richtig gut. So, ein... Mal bitte den... Experten-Test. Psst! Wenn du die Minen hackst, kommen wir viel schneller voran. Mhm. Und... Los! 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 Niemand sieht mich! Niemand weiß, dass wir hier sind! Und... Na? Du bist für alle Zeiten mein bester Freund. Was? Okay, versuchen wir's so. Wir hacken die Mine diesmal. Vielleicht hilft das ja. Stealth-Boys sind die... Habe ich den Self-Boys benutzt? Ich habe ihn nicht benutzt. Ah, es ist wahrscheinlich ein... großer Fehler. Äh... Äh... Ja, der könnte dezent helfen. Ach, komm! So... Der würde dann nur nicht gesehen werden. Ach, warum denn diesmal nicht? Warum hat eigentlich jemand Schrumpf hierbei? Ich habe den gar nicht im Moment, sondern... So... Speicherpunkt. 9. So, perfekt. Beginner Kampf. Nur Spaß! Natürlich! Ah... Das ist der falsche Raum. Hä? Ist das hier? Ah, ja. Was? Stealth-Boys sind die... Magst du mich? Ja... Eigentlich finde ich sie ja ganz süß. Ach, man kann das entschärfen! Die Dinger. Natürlich! Und ich springe da drüber wie in so einem Film. Äh, es ist unfassbar. Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.3 aktualisiert. Torso Komponente auf Körperbau des Benutzers abgestimmt. Oh, Stufenaufstieg! Lalalala! Wichtig! So, was wollten wir denn nochmal machen? Wir packen mal ein paar aufschleichen. Und Energiewaffen. So. Und dann haben wir noch ein neues Perk, was wir schon machen können. Mh, Tageshelle. Mh... 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 Ich guck mal bei den Anfangsdingern nach. Da sind ja auch manchmal ganz nette Dinger bei. Wenn sie leichte Rüstung tragen? Nein, mach ich eh nicht. Schrott, Munition... Nö... Bonsai... Mh... Mh... Food appears in your inventory from time to time. Das ist lustig, aber ich glaube nicht nützlich. Mh... At least you're a source baller till... Ja... Ach so, die Kugeln, die mich treffen, sind selten, äh... kritische Treffer. Ah, okay. Mh... Joah... Ich kann an Toiletten mein Wasser auffüllen. Eingefleischter Junggeselle... Heller Kopf... Äh... Das geht natürlich immer intensives Training. Mh... Mh... Roboter-Groasams-Test. Dies ist der Roboter-Kompatibilitätstest. Wenn du dich an einen Roboter heranschleißt, könntest du ihn deaktivieren. Das ist wirklich kinderleicht. Mh... 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 wo wir hier deaktivieren aber was bringt mir das schade wir haben einen ach ist das ja wo bin ich denn hier nicht level ab hier nicht gespeichert dies ist der roboter kompatibilität ist wenn du dich an einen roboter heranschleicht könntest du ihn deaktivieren das ist wirklich kinderleicht okay so hallo okay das geht nicht obwohl doch hier und ja weil gar nicht so wird sie lerne meinst du mich auch gehört wäre irgendwie sinnlos diesmal ist das schon direkt so auch für die spannung ich weiß noch nicht wo ist der weit nachgelassen ah ja auf den tisch okay aha so aber das ist auch jedes mal ein erfahrungs ding was wir kriegen das ist eigentlich schon richtiges grinding aha eine leichte tür warum geht die nicht so leicht auf okay wo ist das ding ah ja ja simpel okay weiter wir haben glaube ich noch nicht alle roboter durch will ich mal behaupten das ist ein problem das ist ein problem denn dieser roboter guckt zu uns jetzt nicht mehr so alle testdaten verarbeitet firmware auf version 1.4 aktualisiert impuls beschleuniger online so das haben wir ne mhm genau ähm das waren unsere 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 upgrades okay äh gut jetzt müssen wir nämlich doch subgrade finden ähm ist auch noch irgendwo regelrecht wichtig ähm 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 ist das das andere warte ja es ist der eine der andere weiß ich gar nicht wo er sich befindet markierungspunkt wo ist das denn wo ist das denn lokale karte warte mal kurz ich mach das mal gerade ganz ne ich bin mal so das ist wohl falsch da ist das das terminal ähm äh es war das terminal okay ich hab das jetzt echt nicht als cheat angesehen weil ganz ehrlich hätte ob ich ob ich die treppe nehme oder oder oh nein wir haben kein medics mehr das ist ja ich geh mal wieder auf unseren anzug ne was haben wir denn von munition und panzerbrechen brauchen wir hallo aber wir entkommen sie nicht ne aber sie werden sterben das ist eigentlich schlimmer als entkommen fuck the police in the app town ach komm ich sehe sie auch wir hatten schwanz achso der schwanz beginnt zu zielen ja 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 ich verstehe zwei kritische länder aber das gerade läuft die wir sind da denn wissenschaften die wissenschaft das ist mir wahrscheinlich sogar wert ich verbrauche hier vielleicht den text 50 stück habe ich bestimmt schon verbraucht würde ich schätzen es ist kein leichtes vielleicht würde ich sogar als schwerer wie dead money ansehen aber wirklich nächstes mal bitte möbius auch bessere sprachmodulatoren ein wenn sie nicht ja weil du auch in der wand stecken sei kritischer der 100 macht das dann ist das ja auch nicht schlimm wenn ich die zerstörung sie werden auch den rumpf beschädigen so 50 da waren das alle also dass das hier auch nicht wenig ep gibt kann man auch nicht sagen dass ich schon nett das sind so viele ein ende also vielleicht ist es eigentlich gar nicht so schwer sondern das hauptgebläte ist vielleicht eher ist es einfach so über die viele viele die die wette irgendwie draußen warten auch noch welche es sind tatsächlich drei stück wieder so fahren wir die großen geschütze aus habt ihr auch so mk5 schon der wissenschaft sind sie nicht gewachsen ja ja sind sie da draußen ein kleiner teddy der lobotomie da vermisst sie und das blitzschplatsch ihrer penis füße so sehr ja das blitzschplatsch meiner penis vermisst sie das ist schon mal gut zu wissen ich bin ja fast tot ja die anderen orte äh dinge sind dann orten wo ich okay das heißt ich kann auf den balkon wieder reisen dann werde ich mich heilen lassen mal benötigen sie sonst noch etwas ich will deine dienst nehmen ein sehr guter entschluss in ordnung ich muss nur die alte benutzeroberfläche für sie starten ja ähm körperliche untersuchung vielleicht spare ich mir dann ja doch das eine oder andere siehst du ihre ausrüstung ist immer noch an ort und stelle und sollte der toster etwas anderes behaupten schenken sie diesen tauke nichts kein glauben ok äh 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 ähm 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 was will ich denn verkaufen überhaupt so was wollen nicht lösen das ganze zündtütchen warum habe ich sowas pulver und noch mehr pulver und vorkriegsgeld ähm ähm hat der simpax ein ähm 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 verkaufen womit kann ich dienen sir ja ich würde gerne meine protonische inversalaxe verkaufen danke gut ähm balkon es ist drei vier uhr morgens das heißt ja so zum dns konservierungs labo ich bin versteckt aufs weiße mal und wir machen jetzt einen cut bis zur nächsten folge tschiii